hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge transport riva 2 im schönbau auf der fiktiven karte das leipzig projekt wir fliegen gerade auf das hallesche tor zu wo wir in der letzten woche einiges gebastelt haben im bereich city und den schwanenteich wir haben hier ein bisschen an den fahrbar markierungen gearbeitet so dass kreuzungen mehr oder weniger transport für zwei geschuldet realistisch aussehen können wir haben hier den platz ein bisschen ausgeschmückt mit kleinen restaurant in der mitte ist man im wiss wir haben straße hier mit parkplätzen versehen parkende autos schilder aufgestellt vorne das grüne angelegt und hier mit ein bisschen das leben eingehaucht von singen auch der db fernverkehr eigentlich und die regio vertreten dafür fehlen ja nicht die passenden häuser einmal vorbei dann geht es rüber zum schwanenseeteich spanen teich mein gott immer diese see dazwischen auch hier aber natürlich eine farbe markierung gearbeitet an den grünen des sees die wege bearbeitet lampen haben wir aufgestellt bänke mülleimer hier vorne kommt dann noch die ober hin wo ich noch nicht genau weiß wie sie wirklich bauen sollen mit welchen gebäuden dann habe ich die eingänge der des parkhaus der europa und den rest vom augustusplatz der auch noch gebaut werden muss und dann schwenken wir zu unserer nächsten baustelle die wir am wochenende gebaut haben aktuell eigentlich das premier innen ist ich glaube die baustelle ist jetzt mehr oder weniger abgeschlossen glaube ich wieder sind bei google maps ein bisschen älter und ja hier haben einen bauzäunen aufgestellt mit wehreplakaten dahinter als sichtschutz eine art folie oder was gibt es ja leider nicht für die bauzäune ein bisschen weiter eingestellt die baustelle fordert auch tatsächlich auch waren aller baustoffe stahl und bretter also wir haben hier auch eine lkw linie angelegt fahren dann hier runter liefern das ab und fahren dann wieder weiter geliefert wird von den rabkarcher baustoffelemente in leipzig dazu da aber in folgenden nachfolgenden videos mehr das ist nämlich noch nicht gebaut das kommt erst mal so provisorium was er jetzt steht an der stelle aber der rabkarcher wird auch nachgebaut ja der kleine mann da oben im kran begutachtet die unteren arbeiter und ja ich würde sagen jetzt folgt es noch ein bisschen zeitraffer gebastel vom schwanenteich sowie von der baustelle ich hoffe es hat euch bis hierhin gefallen wenn ja einmal den daumen hoch und ansonsten bis zum nächsten mal und viel spaß beim zeitraffer macht's gut bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 I am fearless Felt like I was stuck in a shame All this time with you, I'm so excited You let it live on this head So I told myself I'd walk away I think I'm ready now, ready now, ready now And I'm the one who you're dragging me down Just wanna let it out, let it out, let it out Feels so free, gonna shout it out loud I am fearless I'm full shadowless I am fearless All I'm telling you, I'm telling you I am fearless I am fearless I am fearless Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017